Wir alle mögen uns über euch Da unten war was da Holy body! Engel, Engel-Kriem! Kann der von uns sein Spels treffen? Ich hab getroffen ja Welche Riffen war das? Ist doch egal Bei mir ist eine Riven bei mir. Bei mir ist eine Riven. Bei mir ist eine Riven! On my way. Slap it. Lelelelep. Ah fuck. Ich hab auch getroffen wieder. Wow und der trifft ja immer nicht. Oh ich hab die Riven outtraded. Easy. Rasieren die so, Alter. Okay, der geht so. Juhu. Die eine hat hart kassiert. Ja, die hat er. Mein Riven in der Mitte fast tot. Müssen wir mit unserem Mana aufpassen. Oh, ist die Formel. Oh, das war so tödlich. Die hat nochmal kassiert. Laufen. Bumm. Wurde, der kostet ist gut. Scheiß auf Counter, wir ficken. Ich finde, wenn wir irgendwann in der Mitte stehen und die uns einfach nur in der Tower drücken, wir einfach alle R. Einer muss E drücken, damit die nicht an uns rankommen. Weil dann können wir einfach E drücken, ja. Sonst pfeift mir ein Knockout mit der E und dann einfach rein ulten wie so Behinderte, Alter. Angle Cream. Schade. Das war Angle Cream, ein bisschen. Das zählt nicht. Das war kein Angle, Alter. Sie ist irgendwie nicht besonders gut, die Rippen. Nein. Besser für uns, ja. Junge, die haben bis Level 6 sowieso keine Chance, weil sie da nicht all in halten können, weil sie nicht genug damage haben. Wenn ihr euren E trefft, könnt ihr euch damit ziemlich gut in Sicherheit bringen. E und Q, der Knockback und der Slow. Ah, fuck my life, Alter. Beste Mana mehr. Diese Explosion. Ich kauf mir Neutrine. Noch wegen dem Schild. Ich auch. Wegen Mana auch. Neutrine und dann kauf ich mir ein Morellus, glaub ich. Ja. Soll ich machen, alle. Mensch. Okay. Du blieb im SSS. Okay. Ich geh zurück. Was all in, Bitch? Wo ist meine Lieblings? Aber wenn wir jetzt die Zweit machen, wäre ich tot gewesen. Oh, der ist noch Level 2, Alter. Jetzt bist du am Arsch. Tschüss. Vielleicht am Arsch. So. Vielleicht am Arsch. Lachs bei Ihnen, everyone. Das ist völlig ein... Einhorn, ne. Hier. Hier. Der Rym ist schon wieder fast tot. Holy shit. Hier und noch. Ich hab jetzt ein bisschen Mana-Recker. So minimal. Keine Ahnung, wo du bist von dem. Ich glaube. Ja, warte. Was ist denn das? Ja. Alle Tentakels. Egal wer es ist. Ist jetzt rassistisch. Inwiefern? Zu sagen, dass die alle gleich aussehen. Ist halt ne... Ist dann halt... Die Gehirn hat alle zu drauf aus, ja? Ne, ich bin anders. Ich bin der Schwarze. Du musst immer besonders sein, ja? Die Schwarzen sind immer besonders. Okay, ich bin der Dunkel. Du stirbst, als du esst. Okay. Wir merken uns. Oh, jetzt überliebt. Bisschen wohl. Warte. Tschüss. Ja, okay. Man sieht nicht mal, ob irgendwas trifft oder nicht. Man sieht nur, dass hier auf einmal ein Half-Life rausgeht. Oh, Limana hat ihn. Oh, Limana hat ihn. Er wird mich da weggeblinkt. Ich war das auszusehen. Auszusehen, ja. Sie hatte 50 HP und hat mich all-in. I am very confused. Ne, das war fast Angel Cream. Fast Angel Cream. Hey, aber jetzt pass auf. Hey. Hey. Oh, geangelt. Hey. Hart geangelt, ey. Oh. Hey, schade. Hey. Oh, schade. Sie ist da rausgekommen. Ah. Wie die einfach permanent am Tower stehen. Was soll ich denn machen? Ja, was macht denn uns die Top-Lang? Ich muss einmal gucken, wie sie hat. Das, wo bin ich da? Sag ich Pascal in die Mitte. Ja, ich muss auch gerade gucken, welchen Rhythms ist denn? Get out of my junk. Double York. Wer ist das? Da unten. Den packe ich da hin. Wer ist die andere? Doktor. Okay, das sind die oben. Lasse. Die wollen. Was? Die waren schon so im Bereitschaft. Was? Was haben sie da? Oh, die kaputt, ne? Oh, I'm not afraid. Kann ich aufm Haufen stehen. Hauptsache meine, es wäre so tot gewesen, hätte sie da getroffen. Ne. Drück mal bitte Tab die ganzen Langschwerter, ey. Holy shit. Das fasst ein Muster. Wenn die eine ihren Null-Magic-Mantel verkauft. Ja, das stimmt, ey. Frag dich, ob ich das machen kann. Ich hab... Wow. Dieser behinderte Sprung jetzt. Mein Tiering, gehst du dich nochmal, Alter. Tschüss. Hier ist wieder... Hier ist wieder... Hier ist... 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 Das war eine ==== Regina ist so nervig. Ach... ă, die ist auf dem Weg nach unten, aber ich denke auch mal. Ich hab sie da noch mal kurz gesehen. Ich will dich doch nur slapp'n' ripp'n! Ja, da ist sie. Da ist auch DU! Ich bin auch keines Aufwe enemies konnt나�. Oooh, der Flash! Oh, du bist trotzdem tot! Wow! Ich hab so einen tollen… halben Play hinbekommen, ja! Wow. und dann denkt like AND P syncyl, ne ich bin vs Riven ich lass Brais nichts zu komme h meilleur für den hat sich noch geflashed mir die mobile unter war einfach nur m hh he man weiß wo man sehr kommt man das ist wirklich hit die alter dann ist das dumm und ich dachte der blitzcrack wäre retarded ich hab 96 einfach mehr cda ich möchte sie permanent mit meinem q und e treffen können wir haben komplett die gleichen ap zahlen ein ganzes team und der einzige der andere runen hat ein bisschen das bist du fast geil weil du ap per level hat stadt armor sonst haben wir alle gleich um gegen riven ist da hat man gerne lieber ap per level stadt aber ja verständlich er hat ja auch wieder der batlein fehlen und meine mittelin hier auch als du doch morgen wird man das für gut hier ja das hier wird nachdem wie weit weg gepusht werden wir nicht gepusht der stelle eine frage nicht hat man ihn gedocht Okay, das ist wieder in der Mitte. Shut Dammit! Jetzt wieder Seth. Nein, Botlane, nicht sterben! Nein! Nein! Ich habe außerdem mein Egel gedrückt, wo ich mein Q-Reaktiv gehen wollte. Sie hat sich auf mich aufgefleischt da, ich bin tot. Nein! Nein, mein Q ist nicht mehr rausgegangen, guck dir das an! Guck dir an Velousius! 45 HP! Ich habe meine Old Art benutzt. Ne, und jetzt habe ich keinen TP, um rechtzeitig in die Mitte zu kommen, glaube ich. Mhm, 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 mhm. Na ja, mein, das ist kein Fleisch in der Mitte. Lass mich trotzdem, weil sie den einen Kill vorhin bekommen hat, konnte sie sich eine P-Rex holen. Oh fuck, fuck, fuck. Ich habe Angst für die. Für die. Ja, aber wir müssen halt aufpassen, die können uns nämlich irgendwann all hin. Vor allem wenn wir unsere Safety Spades nicht treffen. Mhm. Einer von uns portet sich runter zu euch. Oh, fuck, Alter. Hm, neue Seite. Zwei haben sich runtergeportet, wie es aussieht. Kommt da an, lang! Wie, Alter? Oh, schade! Schade! Boah! Aber sie kommt trotzdem weg, weil sie schnell ist wahrscheinlich. Weil sie wiffen ist. Genau. Ganz wenig Mobility hat. Richtig. Wohl. Warte mal. Ah doch. Wie viele von denen haben eigentlich gescannt? Nur dir. Zwei, nur zwei. Dragoon blablabla! 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 Sofort wie Abbuttling. Ich glaube, wir sollten loot uns jetzt. Aber ich habe noch keine Schuhe, das werde ich mal gleich zuerst machen. Ha! Ich auch nicht. Puschen einfach. Ja, mein Morelos schon. Bei 4-0 stehe vielleicht. Vielleicht hat er das Geld, wenn man es nicht mehr holt. Na, das ist nachher auch total random, wer die Kills bekommt. Wer die Stacks trinkert, der hat die Kills. Ungefähr, ja. Hab ich getroffen? Oh mein Gott, war das grausam! Oh, sie portet sich auf den Tower, ne? Oh ja. Wir machen direkt unseren E da runter. Sie flasht sich vor denen weg. Wir lasern einfach alle drauf. Oh, das sah so traurig aus. Wird echt nur die Anger? Ich glaube, da bin ich Mama. Ja, keine Frage. Riven ist so dumm. Das war nicht sehr gut von uns. Minimal. Ich habe auch zwei, äh, zwei Torhals gekriegt. Können die mir offensichtlich die ganze Zeit auf mich rauf zuflaschen? Ich gehe jetzt echt vorziehen. Langsam machen die Riven Sachen. Fällt mir nicht. Ganz zum Beispiel vorziehen. Krosse, Krabbe, unfair. Unterwegs. Die Kettich, die Kettich. Du bist so tot, Alter. Ne, wenn auch ein Kuh auf sie trifft oder... Ich bin gleich da. Kommt wieder durch die Wand geflasht. Stun. Ja, die steht. Oh, bist ja richtig cool, weil du Flasht, Stun machen kannst. Ich wünsche, ich wäre auch so gut. Das haben sich jetzt schon dreimal Rivens auf mich rauf geflasht. Das ist so traurig, Alter. Das Problem ist auch, du musst im Grunde deinen E mit dem dritten Kuh von denen... Leichter Overkill. Deinen E mit dem dritten Kuh von denen. Oh, Mann. War das so doof. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe, aber das hat mir Spaß gemacht. Outlet wäre ein Safe-Kill gewesen. Old war genauso Safe-Kill. Ach, guck. Ich bin jetzt Leveler. Oh, schade. Magge. Ich hatte einfach noch keiner Pflicht gehabt. Dann kam der Laser von da hinten. Nicht tracken? Okay. Nee, wir müssen Bus... Blussi 96 hält. Wir müssen Bus bauen. Redet ihr von ihr da rein? Oh fuck, hinter mir ist... Wow. Ich will zu euch kommen und dann kommen mir aber zwei Rivens... Was hab ich hier für eine Markierung? Nee, die machen den Drake. Ja, wie ist das? Gay. Fuck, die kriegen den. Komm schon, snipen! Hitte den Drake! Nice. Da ist noch eine. Da sind noch ein paar mehr. Hallo! Wir haben sie auf dem Weg. Das ist die Behindert. Oh, holy shit. Oh. Mal laufen die alle weg, Alter. Ich werde verschwimmen. Ich muss euch gerade folgen, ja. Und dann kommen da auf einmal ein paar Leute entgegen. Wo auch gibt's halt. Wer fährt? Wer fährt? Wer fährt? Boah, das ist so schön doof. Das ist einmal nicht krank. Einmal nicht werden, Alter. Ich glaube, ich lade die Folge hoch und dann nenne ich sie... All for one, heiße, äh... Hot Velcos on Riven Action. Stand under ten name. Ich nenne es einfach Tingle Tangle Action. Tingle Tangle Velcos. Tingle Tangle Tentacle. Gott. Zu viel. Zu viel Tees mit Ingel Angel Tangle. Zu viel Tees mit Ingel Angel Tangle. Wacht um, Leute! Übertreibt die Lage doch nicht! Ihr bösen Buben! Ich baue jetzt meine Träne aus. Oh, hey, Spaß, ne? Du hast meine Träne aus, dann kaufe ich mit Sonjas und dann die Buchen. Hey, lass dich, ich mag deine Stats. Die verändern sich gerade. Und du über... Weil die keine Ult mehr hat, weil die dich für mich gewastelt hat, ja? Überlebst du! Jo. Teamplay. Hey, ich mag keine Stats. Mann, ey. Wir haben echt nicht komplett die Gogglingstack. Du musst halt das nicht mehr erfahren. Ja, das ist ja normal. Was haben wir erwartet? Wir sind echt ein beschissener Adi-Carry. Du hast schon Schuhe ausgebaut, das ist krank. Du hast deinen Dolan's noch. Dolan's? Du hast deinen Dolan's verkauft? Oh, du kannst doch nicht einfach Dolan's verkaufen. Ja, Logan! Nein? Ja, Logan! Jetzt hab ich schon meinen Aether-Wisp. Ne, jetzt hab ich den Tower hier oben nicht. Ne, jetzt sind hier so viele! Oh, shit. Drei nur. Nur! Okay. Ah, sie haben es nicht geschafft, den Tower zu deffen. Mein Plan succeeded. Wie schreibt man succeeded? So? Keine Ahnung. Succeeded. Ne, nicht ganz. Es fehlt ein E. Ist das echt C-C-E-E? Seitdem hast du erst geschrieben, war ich war mir nicht sicher. Ja. Sieht richtig aus. Ja, sieht richtig aus. Ulte sie! Ulte sie! Blussi! Ulte doch! Wer denn? Warte. Ich würd gern wissen, ob Blussi die Ulte abhatte, aber ich weiß nicht, wer von den Kreisen wer ist. Alter, sieht das behindert aus, wenn wir beide auf den Tor... Komm, was? Dragonbade. Dragonbade? Blade. Dragonbade, okay, ja. Ja, okay. Mann, gut, sie wollte mich diven. Hat sie gut gemacht. Ah! Ich bin fast angekommen. Also ich bin fast angekommen. Jeder ist schon jetzt... Easy, oder? Ja. Die kommt hier drum. Ich pushe die Toplane weiter, ne? Ha! Easy! Was ist da los hier? Was ist da los hier? Warum liefen immer Leute, wenn wir spielen? Was? Es ist schon wieder einer gelieft. Wir haben jetzt dreimal gespielt und dreimal ist einer gelieft. Ey, bei mir ist jetzt schon auch einer raus. What? Ich fand die einfach abgefuckt. Ey, mag ja der Modus zu krank. Kann ich nicht mehr weiterspielen, ne? Ich hab meinen Ludens. Let's go! Ich hab meinen Ludens! Ludens! Let's go! Let's go! Here we go! Geil! Deine Stars kommen wir jetzt nicht mehr mit. Was ist da los? Ich will sein. Ah, langsam bei dem. Das ähnelt mich auch so langsam. Lass dich ein Muster erkennen. Na jetzt, doch, deine Stars ähnelt wieder. Ich will ihn doch noch mal verrecken. Ich muss jetzt sterben, bitte. Mein, was soll ich einmal Plainset rippen? Ich komm auch mal in die Mitte, ne? Wir groupen jetzt am besten einfach. Oh wow. Das war gute Anglecreme. Warte. Die kommt von der Top-Länder, ich weiß nicht, was du bescheid wirst. Hm. Ich bin gleich da irgendwann. Ja genau, verfolgt uns in den Dschungel, wo wir einfach perfekt unseres Killshot zeigen können. Oh hallo! Oh hallo! Äh, nee, das machst du mal bitte nicht. Oh hallo! Oh hallo! Oh hallo! Wir sind die Tentakel-Brigaden. Es juckt mich, es juckt mich! Oh Gott, raus der Schnitt! Oh hallo! Oh ho hallo! Oh ho ho ho! Oh ho ho ho! Oh ho ho ho! Oh die, oh die! Oh die! Oh die! Jetzt lasern wir den Tower. Laser. Laser. Ah! Ah! Ja, das ist noch eine. Eine von der Sorte. Engel. Ahhhh, Hurensohn Tower. Meistus krank, ey. Nee, 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 oh. Nee, nee, nee. Wir fehlen 38 Mana auf meinen Archangels. Oh, fuck, der Tower, nein, bitte, überlebt das! You can do it, bro. Überlebt es. Oh, er hat's. Jetzt wird's mir jetzt so heiß, Alter. Junge, der Tower hat's überlebt. Mann, das hätte ich nicht erwähnen sollen. Ja, da sind Rivens, all retarded. Ja, da sind Rivens, all retarded. Dünn. Wer braucht schon gute Schuhe? Das ist mir völlig egal. Doch, nee, stimmt. Fast gar nicht. Junge, ich hab' dich nicht gesehen. Ich dachte, die haben so eine Schuhe ausgefallen. Nein, gar nicht. Weiter haben sie doch nicht gemacht. I save you, my friend! Can't serve, Alter. Holy shit, guck mal, mein Leben, Alter. Drei sich gefährlich. Oh, oh, oh! Da ist noch ein Friend, der gesaved werden muss. Ah, toll. Oh ja? Ja. Oh ja, ne, doch. Oh ja, ne, doch. Da kommt was von dort. Wait for it. Wait for... Die machen Blue. Ist die oben rumgelobt? What in Blue? Ich hab' nur Rot. Ich hab's gesagt! Holy shit! Geschnitzelt! Niii! Noch einen geschnitten! What? Das überlebst du nicht! Easy! Und warum? Ich hab' nur drei von denen gekillt! Maja, jetzt kommen die Flash-Engages, pass auf. Ja? Nicht! Nicht in diesem Game auf die Igna rauflaschen! Das ist ne ganz furchtbare Idee. Du wirst die Flash noch brauchen. Stimmt auch wieder, ja. Ho! Totdamage, Alter! Lach nicht so dumm, du Behinderde! Lach nicht so dumm, du Behinderde! Ich hab' mich ausgelassen, Alter. Ich glaub' du bist. Weißt, dass da ein Rhythm ist, Alter? Hast du was gesehen? Was sie sich getraut hat? Er ins Gesicht geworfen. Lach mir nicht aus, du Bitch! Wir müssen einfach in der Mitte grooven, die hat sie. Warum? Ich hab' die einfach, äh, einen nacheinander, nehm' ich die... Die Outscalen und sonst... Die Outscalen und sonst... Lach die mich aus, Alter. Ich glaub' ich bin ja im falschen Film, ne, der... Ich sollte mir ein Ryleis kaufen. Ich komme! Ich mach' Schaden! Nee, ich wollte da drinnen warnen! Wow, ist die clever. Richtig clever ist sie. Ist völlig egal, wer hier den meisten Schaden macht. Der, der die Stacks triggert, der hat's. Ja. Der ist es. Der easy, der! Such nice an is! Wie war das? Wir haben keine Minutes. Nee. Ich bin... Von 2,7 auf 8,7! Easy! Okay, da war nix. Der ganze Kombo reingehauen und dann war da kein... Kein Map. So. Wave Clear! Ah, Cover! Wow. Warte mal. Warum kielte keiner? Space! Schilde! Bin ich alleine? Ich bin alleine, Alter. Bin ich alleine? Ich bin alleine! Wir dürfen halt echt nicht so aufeinander stehen, dann sind wir tot. Cool! Cool! Flash Queue! Flash Queue! Oh, nee, du hast ja... Ich hatte nix mehr, aber schade. Mit dem Flash hätt ich da noch Sachen machen können. Aber auf einmal sind die alle auf uns auch. Aber auf einmal sind die alle auf uns auch. Ja. Ja, warum auch nicht, weil das ein mega easy Engages ist für die. Sobald einer von denen einen Flash hat und wir so aufeinander stehen. Ja. Ich hasse es, dass Leute einfach disconnecten. Ich versteh's aber nicht. Ich hab schon Rabadons, ihr Limits. Das Game macht doch fun. Man kann... Man kann nicht disconnecten. Man kann an den Items sehen, wer am meisten gefeated ist. Ich bin Rabadons oder Rydals. Rydals. Rydals, ja gut. Wir haben auch noch Rydals. Ich will mich noch meine Tränen und meine Schuhe ausbauen. Die wollen... Soll ich zuerst? Ja. Pass auf im Jungle, wir müssen uns auch alle den Ward kaufen. Also... Ja, ich hab nur... Wartlein. Ein Freund. Brauch' Hilfe. Danke. Ich hab Gott sei Dank mal eh getroffen. Das ist nur nicht das, was ich meinte. Oh, aber kommt da eben aus dem Gewisch gesprungen. Das ist so dumm. Fuck you. Hab dich assisted. You, dann gut. Warum spielen die an die Riven? Ich find man, äh... Spiel irgendwas, das wirklich... Miteinander zusammenpasst. So... Das irgendwie andere Specs auslöst oder so. Aber doch nicht Riven. Ja. Das einfach viel Spaß macht, so wie Riven. Ja. Ne Niederleben zum Beispiel... Wenn ja manchmal schlau genug wären, sich alle in Black Cleaver zu holen, dann würden uns noch viel schneller killen. Weil dann machen die irgendwann True Damage an uns. Aber... Weißt du, so zum Beispiel einfach... Niederleben. Hat die Velcro-Kassivien Gründer? Äh... Ne. Die haben so oft getrifft. Ich mag ja, das ist krank. Dann auch viel krasser dann. Oh, da war was. Da ist auch noch. Da ist auch noch. Hinter euch. Ich bin auch auf dem Weg. Ich hab keinen Flash. Das war ein Laser, oder nicht? Du bist draufgeht? Ja, ich bin leider explodiert. Ich bin leider explodiert. Noch nix machen, ne? Okay. Ja. Ich hole auf mit den Stats. Ich stehe auch gerade 13-5. Wir müssen so weitergehen. Ja, wir werden gleich 100 pro gefrikt. Doch doch. Kann man den Geflank nennen. Er hat einfach von jeder Seite. Du hast sie gerade mit der Ulti fast gekillt. Da wollte sie grad die Hult werfen, Alter! Wow, auch die Dodges! So viele Skillshots! Bam! Explodiert! Das ist total, ich kann auch teilweise daneben werfen, sie werden reinrennen, weil sie von irgendwas anderem weglaufen. Ach, sind Illuminati-Dreieck um die rum aufbauen, ey? Lass mal machen! Guck mal her! Drag ist ab! Ihr werdet geflankt, gleich! Hm, super, werden wir geflankt! Geplanter Flank! Ich koste die Nägel! Du slapst da ganz vorsichtig aufm In-Hab ein! Oh Gott! Ich hab' nur Hult! Ich hab' nur Hult! Oh, ich hätte das nicht mehr benutzen müssen! Oh Mann, ey! Ich hab' Pepe! Aufpassen! Wir oder die? Beide! Ach schon! Ich hab' auch schon! Ist der geil! Ja, du bist da ganz allein grad! Warte, vielleicht kannst du baiten! Ich würde gerne da bei denen in der Base wohnen! Kannst du baiten, dass du sie hier hinten flittert? Ja! 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 Ich hab' auch den Friesen! Scheiß drauf! Einfach den Dragon machen, Leute! Ja! Ja, ihr macht das schon! Ja, ihr macht das schon! Einleidig! Klasse! Philipp, tankst du ihn mal! Gott! Nee! Warum? Langweilig! Komm! Da unten ist ne Riven! Ja, ich bin fast tot! Ich muss back! So, ich kauf mir jetzt das letztes Item in Rabagons! Scheiß auf Sonjas! Die sind tot, bevor sie mich erreichen! Oh! Oh! Minions! Minions! Ja! Ich hab' so'n schlecht! Ich hab' nix getroffen! Ah, mag er ja jetzt einfach holten, ey! Ja, wo sind die? Ich hab' Angst! Ich will hier nicht durch die... Oh, da sind die! Ich hab' Angst! Ja, aber der wird den auch nicht wegbringen! Die haben Baron! Okay! Wie gesagt, die sind tot, bevor sie bei uns sind! Auch wenn ich nicht weiß, was in der Bank ist! Lass aufpassen, dass ihr euch jetzt nicht da flanken von da! Stop me! 300 Gold! Hm! Wahrscheinlich etwas! Ich hab' TP ab! Falls irgendwo... Oh! Hier unten ist eine! Riven ist hinter uns! Haha! Funny guy! Von zwei! Quinsick! Wieso hat unser'n Rapper Farben? Alter! Ich seh das nämlich in einer ... Lass das mal vorlaufen, ja! Okay! OAH! Hey, Bitch! Ich wollte das Gold! Ich wollte das Gold anscheinend doch nicht! Diese komplette Zerstöhn... WTF?! Die ist einfach explodiert! Tja, da waren drei E´s unter ihr. Die hat noch nie so einen harten Knock-up gehabt wie sie. Oh Gott, Alter. Sie wurde in den Himmel geschossen. Da ist irgendwas. Der hat hier einen Höhepunkt erreicht. Ja, wenn wir einfach zuviel bleiben würden... Lasse! Ich muss back! Ich glaub jetzt Sonja ist gleich, Alter. Wo seid ihr? Tentakel. Tentakel. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Okay, egal. Ich gehe hier jetzt oben rum. Folge ihr! Da ist noch eine! Ich kann mir den! Hier hinten kommt wieder. Ja? Hm. Angelt. Wie in unsere Top-Lane? Ja. Und die nutzen das aus, ja. Die nutzen das aus, dass wir wenig essen. Als ob die das realisiert haben. Ja, gut. So wie sie explodieren manchmal. Nee, warum sind die da jetzt zu zweit? Scheiß auf die, Alter. Bitch. Das ist unglaublich. Metal Helfer. In der Base gedelft und so. Sie meinte, sie könnte nicht BM, indem sie ihr Emote spammt. Niemand BMt. Nicht außer mir. Und sein Mage stirbt. Warte mal. Nee, warte. Ohohoho. Oh fuck. Das ist Sonja Spade. Nee, jetzt hat er sein Ding jetzt verkackt. Er ist tot. Lass ihn nicht verrecken. Er ist tot. Wir brauchen mal den In-Hit, ey. Ohi, ohi. Komm, wir regeln das jetzt, wirklich. Mach's mal. Mach's mal. Nee. Das finde ich cooler. Okay, Riven. Ich komm mit. Ja, ich hab... Hey, da ist ne Riven. Schild 4-14. Die solltet ihr wohl schnetzen. Leute, ich kann meinen Schild näher benutzen. Back Minion! Back Minion! Kannst deine Old benutzen, oder nicht? Ja. Warte, warte, warte. Hier ist er auch nicht irgendwie... Weißt du? Aber halt das nicht, Leute. Jetzt lasst euch lieber zurückfallen und helft unserem... Ja, ich bin auf dem Weg. Ich müsste nur ein bisschen... Ich find's ja gar wie ein Lid später. Das ist lustig, halt unsere Base zu springen. Gute Old. Sie hat's probiert. Okay, wir kommen, ja. Sie hat einfach richtig hart gefehlt. Einfach B und E auf den Minions machen. Eine... eine flüchtet! Eine flüchtet! Flüchtling gesehen! Gesichtet, mein ich. Gesehn. Gesehn. Ey, hab doch was Gesehn. Ich bin doch. Mensch, ein Skin-Ass. Hier heben sie wirklich so viel aus. Hier, hier! Irgend ins Gebüsch in Geld zu laufen ist interessant. Guck mal. Geil, ich hau die einfach. Und dann kommt eine von der Seite und haut uns. Das hat hoffentlich niemand gesehen. Der wird einfach hart in die Mangel genommen. Ich seh absolut nix. Keine Ahnung, was hier um mich herum abgeht. Was für mich aufgeben wird. Wir können das ja gewinnen. Wir müssten nur einfach mal zu viert losgehen. Die ist durch meinen Knock-Up durch irgendwie. Wenn wir es einmal schaffen, die alle zwinkeln, dann... ...dimm, dimm, 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 dimm. ...dimm, bitte dimm. Ich muss mich jetzt anhören. Wenn ihr mal euer Trinket-Ausfahrungstest benutzen wollt. Ich hab's ausgebaut. Ich war so, glaub ich, der ist ja. Ah, Spotify will ja Update installieren. Geil. Das wär's gewesen. Alter, sind die inkompetent. Niemand von denen kriegt den fucking Wall Jump hin. Ich hab leider mein Weh nicht rausbekommen. Wart zum TP'n irgendwo? Nein, nimm mal den. Alle, die eine ist in South Hanky. Nee. Irgendjens. Irgendjens. Maximale Schlappung. Die eine ist in South Hanky. Wird da nicht noch eine? Ne, wär uns egal. Pfff. Du musst aufpassen, dass mich die Minutes jetzt nicht kenne. Aber interessant, wie sie das Felsort haben. Eine lebt aber wieder. Eine ist keine, Alter. Lass dir. Lass dir. Hör doch auf, Juggles zu machen, du Nägel. Komm doch. Na ja, wieso? Wie haben die geacetet? Du gehst Juggles. Nein, da ist noch eine. Pass auf. Wir wollen die erstmal nochmal acen. Sonst ist hier gar nichts los. Guck. Die einfach jetzt. Da lebt wieder eine. Ihr seid scheiße. Pass auf, die wird dich jetzt... Lassel. I'm firing my Lassel. Komm her. Angles. Ich hab sie so hart gebatet. Habt ihr das gesehen? Ja. Ich hab dich mit einem Angle erwischt. Ich hab die andere getroffen. Wie die die ganze Zeit ihre Ultis nach mir feuern. Holy shit. Und einfach keiner von ihnen hat mich damit geklebt. Sie kommen immer wieder angelaufen und kassieren alle wieder ein E. Und sie starten. Ich weiß nicht, wer immer die Leute tötet. Ich krieg das gar nicht mit. Die sterben einfach weg. Wie die fliegen, fallen die um. Wie wär so ne Seuche, alter. Kippen einfach einen dann nach dem anderen um. Ähm. Eigentlich kriegen wir immer die Kills. Sparrow. Von da auf Karl, der. 2-1. Man, ne? Komm her, fighte mich und meine Minions. Dun 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 dun. Das von... Die Left Boy haben sie immer noch nicht. Was? Naja, es gibt's natürlich bei Spotify. Wollte ich auch grad eingefahren. Mein Spotify will er auch nicht. Nee, die haben sich beide... 2 Leute haben sich auf mich rauf geflasht. On my way, on my way. Weißt du gar nicht. Ulti, 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 Ulti. Wollen wir so langweilig. Komm, dreh dich, Ult! Dreh dich! Du weißt, dass du dich abbrechen kannst. Na, oh, richtig gut. Richtig gut. Ich bin stolz auf euch. Komm, dreh dich, Ult! Dreh dich! Da muss ich verzweifelten Ults von denen. Einfach einmal aktivieren, ne? Hey, hey, hey. Ich hab getroffen, äh, getroffen, denken die Jungen. Weißt du, aber da kommt halt sowas bei rum, wenn man einfach nicht mal den Rolljob hinbekommt, ja? Das ist echt immer traurig. Ich würde es das vorhin sehen müssen, als ich mich in die Top-Lane gepostet habe, ne? Ich stand hier, mache meinen Teleport und die Riven coupet. Also sie stand hier, hat ihren dritten Coup und springt zurück, statt auf mich zu jumpen. Wow. Diese hat versorgt nicht aber nicht. Das ist top. Okay, ihr steht einfach ineinander auf der Minimap. Wir drehen gerade unseren Handcap. Ultimative Symbiose. Unseren Handcap. Ja. Wie lange brauchst du? Was hast du gemacht? Alles klar. Rapper. Du hast den Rapper für sie gemacht, ist aber nett von dir. Mach was! Ich habe cooldowns! Cooldowns are for noobs. Oh, ja, wach! Holy moly. Minimal rumgepenickt. Slausi, mach was! Ich hatte eine AP noch. Ich hatte eine AP, Alter. Und du stehst da und kannst nichts tun, weil du cool hast. Alter, das ist mega weh. So, feine die Vollbilder, Alter. Micah, wer hat von uns hat da ein Lidschwein? Der, du, Rande. Mal, erst geil, wenn man so Tentakel, Alter. Mit Homeguard, das ist das coolste überhaupt. Wenn man Tentakel mit Homeguard, okay. Ja, das sieht echt mal cool aus, wenn man so schnell ist. Junge, wir machen mega viel Damage an den Tore. Haben wir gerade alle daneben, ja? Oh, ich hab's überngetroffen da oben. Wow, siehst du durch, mein Ding sich an. Wir hätten das gerne doch beenden sollen. Ja. Mach das. Nein, bist du wahnsinnig. Oh, nicht. Ah, da ist der Daube. Lauf, Kite, die. Ich mach das. Oh, hast du überhaupt Homeguard wohl? Ich hab mir extra die, die extra Movenspeed. Das extra Movenspeed ist ja gut. Ich glaub, nein. Wow, kannst du den bitte ficken? War dabei gerade. Ja, war's jetzt, ne? Fitscht. Stille. Und? Probleme? Schade, ne? Nächstes Mal vielleicht. Nein, nur finish. Vielleicht flasht sie sich auf. Sie ist schon. Noch eine. Cool. Oh, joke. Oh, joke. Oh, oh, joke. Da war zu viel da auf einmal. Worauf immer die andere herkomme. Kein Wunder, der kriegt die Warjobs nicht geschissen, wenn er fucking C9-Fan ist. Ich hab jetzt die Magic-Pan-Boots durch CDA-Boots verkauft, nur ich einfach die 40% hat. Aber unsere Bills haben doch Ähnlichkeit. Ein wenig. Wir haben einfach... Und jeder hat dann einfach in der Mitte ein anderes Item. Und das Situational Item. Ich bin zu greedy, deshalb brauch ich Sonja's eher. Und ich möchte mehr kiten können. Und ich bin behindert. Na gut. Ich flash einfach rein und mach Sacken und dann brauch ich Sonja's. Reingehen. Der war gut. Oh, das sind Geeklüs. Plusy. Plusy. Hilft ihm. Plusy macht null Schaden, Alter. Der Blubach ist die Beine einfach mal weggeschmolzen. Wer hat den Blubach gemacht? Keine Ahnung, einer von euch. Hilft ihm. Oh, du selbst der Arme. Oh Leute. Falsche Richtung. Ich bin da, ich bin da. Bait, bait, bait. Ne, ignoriert den Drake. Ignoriert den Drake. Einfach in die Mitte pushen. Der Bait gesagt. Ja, ich weiß. Aber du willst Baiten, weil du das halten willst. Ja. So, Dragon, jetzt. Ja, wir gehen. Du solltest weggehen vielleicht. Wie viele Skins hatte ich? Über 60 bei uns, oder? Keine Ahnung. Hör grad auf, wir hatten einfach so ein Nexus durchhalten können. Okay, hier ist noch was. Da ist noch eine Riven. Jetzt haben wir slappen jetzt. Ja. X. Slapke. Mann, das ist voll abgebrochen, Alter. Wir hätten das einfach verenden sollen. Das ging nicht. Da war eine Riven in meinem Gesicht. Wir sollten jetzt einfach mit dem Gruppen. Ja. Ihr dürft so lange. Ich TP da rein. Nein. Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Ich bin tot. Blossi. Oh, der hat Lidschbane, ne? Ja, der hat er. Sch. Gute sch. Gute sch. Komm, schauen. Blossi. Nein, man hat das nicht. X-Plossi. X-Plossi. Das sieht minimal aus. X-Plossi. Ich könnte ja was werden können. Ich bin hier dafür, dass sie jetzt zu Nasher gehen und den machen, und wir uns einfach in die Base fordern können. Ich habe da ja noch keinen TP. Wann ist das ab? Äh, in 50. Du hast doch, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob du das alleine packst. Mit Homeguard. Ich kann da jetzt einfach hin, Mann. On my way, bitch. Ich glaube, einfach. Die Riven macht, äh, Baron. Die eine aber nur. Die Riven macht Baron und er portet sie das einfach als Port. Setz den Worm. 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 Hab ich. Hab ich doch. Brech das ab. Brech das ab. Es ist zu dumm. Oh, es ist ein noch. Ein aus. Okay. Fuck. Wann ist dein Teleport ab? Guck dir das an. Nein, warte doch. Bist du Hungard hast, du dummer. Du bist Hungard. Ja. 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 Ich hab noch beide am Dragon, äh, am Baron gekillt übrigens. Ich hab's gesehen. Konnte leider nicht stilen, aber. Oh, mein Herz. Oh, mein Herz.